Wir hatten ganz, ganz tolle Auditions. Auditions heißt, wo viele Menschen sich bewerben. Es haben sich wahnsinnig viele beworben für diesen Sommer hier in Thun und wir hatten wirklich eine unfassbar große Auswahl von großartigen Künstlern. Warum wir uns genau für diese drei, also Radames, Aida, Amneris entschieden haben, hat auf der einen Seite mit meinem Konzept zu tun. Ich finde, es sind sehr, sehr junge Menschen, die dieses Schicksal annehmen. Es sind sehr junge Menschen, die spüren, was Liebe bedeutet, auch zum ersten Mal dieses Gefühl erfahren und was sie auch ganz aus der Bahn wirft, aus ihrem eigentlichen Sein und plötzlich neue Verantwortungen übernehmen. Und ich denke, es ist ein Unterschied, ob das wirklich zwischen 20 und also mit 20er erfahren oder wirklich 40-Jährige, wo man sagt, naja, die haben ja schon einiges hinter sich. Und dieser Cast ist wirklich jung, ist unfassbar gut. Also ich muss sagen, ich bin total, ich finde, wir haben ganz, ganz toll gecastet und wir haben wirklich drei großartige Hauptdarsteller, wirklich junge Menschen, die zwar in der Musicalbranche schon bekannt sind, aber eben mit so einer Herausforderung jetzt hier umgehen dürfen und ich glaube, wir haben da eine ganz gute Wahl getroffen. Also ich finde die toll, ich finde die wirklich toll.